Wir sind gespannt, was jetzt passiert. Bist du bereit, nochmal deinen Song für uns zu performen? Ich möchte kurz was dazu sagen. Ich bin überwältigt von euch allen von Deutschland dafür, dass ihr meine Musik toll findet, mich unterstützt habt. Es ist momentan so, ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen und muss. Und deshalb, ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie. Also du sagst uns jetzt, du möchtest nicht nach Wien fahren, weil du das Gefühl hast, dass das nicht deine Welt sein könnte. Ich denke einfach, dass sie viel geeigneter und qualifizierter dafür ist. Ich bin ein kleiner Sänger und ich gebe meine Wahl. Also ich gebe... Andreas, das können wir aufkehren, das ist ein Coitus Interruptus der schlimmsten Sorte. Also gibt es irgendwas, was dich umstimmen kann? Liebes Publikum hier im Saal. Sie wollen dich sehen. Tut mir leid. Okay. Ann-Sophie? Was, was... Was sagst du dazu? Äh, ich... Ja, das ist eine Situation, mit der wir alle so nicht gerechnet haben. Lieber Andreas, ich habe das Gefühl, ich merke dir an, dass du da eine Entscheidung getroffen hast, die wir jetzt auch nicht unnötig abstimmen wollen. Vor allem nicht im Hinblick darauf, dass du sie dann vielleicht in drei Tagen wieder revidierst und dann doch nicht fahren willst. Also insofern akzeptieren wir das jetzt. Und verabschieden uns an dieser Stelle von dir und deinen Musikern mit einem Riesenapplaus. Du bist eigentlich unsere Nummer 1. Deutschland wollte... ...nicht sehen und wir haben dich gewählt. Aber... Danke, dann sag ich euch schon mal vielen Dank. Okay, das ist jetzt, glaube ich, wirklich Achterbahn der Gefühle. Vor allen Dingen jetzt in dem Moment, nehme ich an, für dich. Hab ich jetzt? Aber fahre ich jetzt nach Wien? Ja, du fährst jetzt nach Wien. Ann-Sophie und ich bitte jetzt. Das ist unser Publikum hier in Hannover und wir haben diesen Abend so wunderbar miteinander gemeistert. Jetzt seid ihr gefragt und sie zu Hause. Das ist eine Entscheidung, die hat Andreas so getroffen, die müssen wir respektieren. Und deswegen ist Ann-Sophie unsere Gewinnerin des deutschen Vorentscheides 2015. Überhaupt? Wollen ihr das überhaupt? Das wollen sie. Hier gab es so viele, die von den Sitzen gesprungen sind, als du gesungen hast.